Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Es gibt schon wieder News. Wir reden heute über Tesla und Twitter und beziehungsweise wie sich der Twitter-Kauf auf die Tesla-Aktie auswirken wird. Dann reden wir über die neue Megafactory von Tesla, über ein Software-Update und zum Schluss auch noch kurz über den Tesla-Semi-Truck. Und für alle, die es vielleicht beim letzten Mal noch nicht mitbekommen haben, ich suche derzeit einen Käufer für mein Tesla Model 3. Wenn also jemand da draußen genau jetzt ein Fahrzeug braucht und keine Lust hat auf lange Lieferzeiten bei Tesla, dann kann er sich gerne an feedback-at-teslawelt.de wenden und ich packe euch ein paar Details zu dem Fahrzeug hier auch unten nochmal in die Beschreibung rein. So, jetzt kommen wir aber zur großen Story, denn Elon wurde gestern gesichtet, wie er mit einem Waschbecken ins Twitter-Hauptquartier eingezogen ist. Er läuft da also in die Twitter-Zentrale mit einem Waschbecken im Arm und sagt, let that sink in. Was so viel heißt wie, lass das Waschbecken rein oder eben, lass das erst mal sacken. Gleichzeitig twitterte er, dass er heute coole Leute bei Twitter treffe und allem Anschrei nach hat Elon also tatsächlich Twitter gekauft. Auch wenn die offizielle Deadline für den Deal erst am Freitag um 17 Uhr Eastern Time offiziell abläuft. Ja, Elon liebt ja dumme Späße, Memes und trollt auch mal ganz gerne die Leute. Hier also der ultimative Troll, wenn er mit dem Waschbecken bei Twitter einzieht. Und er hat sogar sein Twitter-Profil noch geändert und hier steht jetzt als Titel Chief Twit. Das lässt sich am besten übersetzen mit Obertrottel, Chefidiot oder vielleicht auch Depp vom Dienst. Welcher CEO macht das bitte? Ihm ist egal, was die Leute da draußen über ihn denken, nimmt sich selber nicht ganz so ernst und ihm ist Spaß einfach wichtig. Und naja, dem einen oder anderen da draußen könnte vielleicht ein bisschen Spaß auch das öftere Mal nicht schaden. Die Twitter-Mitarbeiter sind übrigens darüber informiert worden, dass Elon in den Hallen sein wird die nächsten Tage. Am Freitag wird er offiziell zu ihnen sprechen. Sie soll ihm Hallo sagen, wenn sie ihn zufällig treffen. Ob da so viele Lust drauf haben, das weiß ich gar nicht. Denn Elon möchte ja Twitter von Grund auf umkrempeln und Veränderung steht bei den meisten Leuten erstmal immer nicht so hoch im Kurs. Es gab ja auch Berichte darüber, dass Elon angeblich zwei Drittel der Belegschaft sofort feuern möchte. Die Time hat darüber berichtet, Zitat, Elon teilte potenziellen Geldgebern für die Übernahme von Twitter mit, dass er plane, fast 75% aller Twitter-Mitarbeiter zu ersetzen oder zu streichen. Er wolle die Zahl der Mitarbeiter von 7.500 auf 2.000 reduzieren. Das stimmt so anscheinend nicht, denn Elon hat das Ganze dementiert. Bloomberg berichtete hier dazu. Elon Musk hat Mitarbeitern von Twitter am Mittwoch mitgeteilt, dass er nicht vorhabe, 75% der Mitarbeiter zu entlassen, wenn er das Unternehmen übernimmt. Das berichten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen. Ich denke, man kann aber schon davon ausgehen, dass Elon hier alles auf den Kopf stellen wird. Das dürfte einigen Leuten bei Twitter sicher nicht passen. Die werden dann vielleicht auch selbstständig gehen. Ja, und ich denke, den Umbau bei Twitter, den muss man erstmal abwarten. Es ist öffentlich bekannt, was er machen will. Da gibt es keine Geheimnisse. Er kauft die Plattform nicht als Investment oder als Geldanlage, sondern vielmehr, weil er sie von der eigenen Zensur befreien möchte und weil er darin auch einen tollen Marktplatz zum freien Informationsaustausch sieht. Das ist so wichtig für ihn, dass er jetzt tatsächlich die 44 Milliarden Dollar dafür bezahlt und er hat eine Vision. Der Twitter-Kauf beschleunigt diese Vision um mehrere Jahre, hat er öffentlich gesagt. Ja, und es gibt viele Andeutungen zu technischen Features. Er könnte zum Beispiel eine Art Videoplattform integrieren und einen YouTube-Konkurrenten aufbauen. PayPal als Zahlungsmittel fällt einem da wieder ein. Eine Bezahlfunktion für Twitter könnte also kommen. Das Stichwort WeChat fällt auch immer wieder. Und natürlich auch die freie Rede, ganz wichtig. Und Elon wäre nicht Elon, wenn er Twitter nicht auch finanziell erfolgreich machen wollte. Denn Twitter war ja, falls man dort investiert war, in den letzten zehn Jahren eher ein trauriges Investment. Twitter wird ab Freitag nicht mehr an der New Yorker Börse notiert sein. Das geht aus einer Börsenmitteilung hervor. Und jetzt ist die spannende Frage für uns natürlich, was bedeutet das für Tesla? Und darüber will ich mit euch reden. Punkt Nummer eins ist sicherlich der sogenannte Twitter-Overhang. Also die Belastung der Tesla-Aktie durch diesen Twitter-Kauf. Das dürfte tendenziell mit mehr Klarheit besser werden. Und dann gab es ja auch die Frage, ob Elon weiter Tesla-Aktien verkaufen muss. Das hat er zumindest letzten Montag, wo das am wahrscheinlichsten war, nicht gemacht. Denn Elon muss, wenn er Tesla-Aktien verkauft, das innerhalb von 48 Stunden der US-Börsenaufsicht melden. Ja, und das hat er nicht gemacht. Die Zeit ist da definitiv abgelaufen. Ja, und an den anderen Tagen, da ist der Aktienkurs von Tesla gestiegen. Das schaut also nicht so aus, als ob Elon hier verkauft hätte. Wie schaut es denn mit dem Ablenkungspotenzial von Elon Musk für seine Aufgaben bei Tesla aus, wenn ihm ab Freitag Twitter dann tatsächlich gehört? Wird er der CEO von Twitter? Darüber kann man natürlich nur spekulieren. Meine Einschätzung dazu ist, ja, vielleicht wird er das am Anfang, aber er will eigentlich nicht Twitters CEO sein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er am Anfang hier erstmal die Zügel übernimmt. Langfristig, glaube ich aber, wird er dafür einen starken Ersatz finden. Und dann muss man sich ja auch die Frage stellen, darf denn Twitter Elon ablenken? Ja, und ich meine, das darf es schon. Es ist ja auch für die Tesla-Aktie erstmal eine Art Befreiungsschlag, weil es einfach mehr Sicherheit gibt. Wir wissen jetzt, Elon hat vermutlich keine Tesla-Aktien mehr verkaufen müssen und er hat tatsächlich Twitter gekauft. Ja, was meine ich damit, wenn ich sage, darf das Elon ablenken? Twitter ist für Tesla und für Elon extrem wichtig. Elon ist der größte aktive Account auf Twitter. Es gibt noch ein paar größere, wie Barack Obama zum Beispiel, aber der twittert eben nicht viel aktiv. Elon hat jetzt über 110 Millionen Follower auf Twitter. Ja, und es gibt ja zum Beispiel den Umstand, dass Tesla keine Werbung macht und dementsprechend sich auch Milliarden an Kosten dafür spart. Möglich wurde dies vor allem durch Elon Musks Präsenz auf Twitter. Und ich finde, da macht es schon Sinn, dass der größte aktive Twitter-Account auch Twitter besitzt und die Plattform in der User Experience verbessert. Das macht für mich ganz unabhängig von Elons Vision erstmal als Tesla-Anleger Sinn. Wie gesagt, das ist meine Meinung dazu. Mich stört das also nicht so, wenn Elon da ein bisschen Zeit und Gehirnschmalz drauf verwendet. Und ich denke, langfristig wird er das abgeben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich denke, insgesamt ist dieser Deal-Abschluss mit Twitter jetzt eine positive Nachricht für Tesla-Anleger. Wir sind schon gespannt, wie es weitergeht. Kommen wir mal zu weiteren Tesla-News. Tesla hat auf LinkedIn ein Video zur neuen Megafactory gepostet. Ja, was ist denn die Megafactory? Das ist keine Gigafactory zum Fahrzeugbau, sondern das ist eine Fabrik von Tesla in Lathrop in Kalifornien, die dazu da ist, Megapacks herzustellen. Also das Storage-Produkt für B2B-Kunden von Tesla. Ihr wisst schon, das sind diese großen Container mit Batteriespeicher. Baubeginn war hier erst vor einem Jahr im September 2021. Und die Fabrik, so viel war bekannt, soll jährlich einen Output von 40 Gigawattstunden an Megapacks haben. Electric hat von Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, erfahren, dass Tesla in der Megafactory große Fortschritte macht. Tesla hatte Megapacks bisher ausschließlich in der Gigafactory in Nevada produziert, aber die Produktion wird nun in der Megafactory in Kalifornien schnell hochgefahren. Tesla hat dort bereits eine Kapazität von bis zu 25 Megapacks an einem Tag, so die Quellen. Ja, 25 Megapacks an einem Tag, was bedeutet das? Ein Tesla Megapack hat 3,9 Megawattstunden an Batteriespeicher. Das wären also pro Tag 97,5 Megawattstunden. Wenn die Fabrik, und das ist nicht sicher, sieben Tage die Woche laufen sollte, dann wären das im Moment schon 682 Megawattstunden pro Woche und pro Quartal dann 8,8 Gigawattstunden. Aufs Jahr gerechnet wären wir damit sogar schon bei 35,5 Gigawattstunden, also gar nicht so weit von den 40 Gigawattstunden entfernt, die da ursprünglich mal angekündigt waren. Auch wenn sich dieses Ziel vielleicht bereits heute schon wieder geändert haben könnte. Ja, 8,8 Gigawattstunden pro Quartal, was bedeutet das? Setzen wir es mal ins Verhältnis und schauen in den aktuellen Q3 Earnings Report. Da hat Tesla im Vergleich zum letzten Jahr ein Wachstum von 62 Prozent im Batteriespeicher-Segment hingelegt. 2,1 Gigawattstunden wurden hier installiert und diese neue Fabrik kann eben bereits jetzt schon 8,8 Gigawattstunden pro Quartal bauen. Vor ein paar Folgen habe ich euch ja mal über einen Leak bei Tesla berichtet. Da ging es um die Kapazität der Gigafactory in Nevada. Und das ist vielleicht auch noch ganz interessant, sich das mal anzuschauen, denn dort wurde gesagt, dass die Gigafactory Nevada in sieben Tagen rund 42 Megapacks herstellen kann. Ihr könnt euch das Video gerne nochmal anschauen, ich verlinke das eben hier. Ja, also 42 Megapacks pro Woche in Nevada versus 25 pro Tag in der Megafactory in Lathrop. Da wird schon klar, wie wichtig diese Fabrik für Tesla sein wird. Das Batteriespeicher-Geschäft dürfte bei Tesla in den nächsten Jahren also massiv wachsen. Noch eine kurze Meldung zum Tesla Semi-Truck. Der hat nämlich in den USA das sogenannte EPA-Approval bekommen. Das berichtet teslarati.com, die schreiben, der Tesla Semi hat offiziell grünes Licht für die Auslieferung an Kunden erhalten. Die EPA, das ist die Umweltbehörde in den USA, die bestätigte gegenüber Teslarati, dass der Semi von der Behörde geprüft und mit einem Konformitätszertifikat versehen wurde, um in den Handel zu gelangen. Ja, und das ist neu, das hat der Tesla bisher und vor allem letztes Jahr noch nicht bekommen. Da gab es ja auch schon mal Gerüchte, dass Tesla den Semi-Truck bald ausliefern könnte. Der kann jetzt also ganz offiziell in den USA in den Verkehr gebracht werden. Ein wichtiger Schritt zur Auslieferung hin, die am 1. Dezember stattfinden soll, und zwar an PepsiCo. Da sind wir auch schon sehr gespannt drauf. So, und dann habe ich noch ein paar Details zu einem neuen Software-Update bei Tesla. Es geht um die Version 2022.40.1. Ja, und darin enthalten sind wieder ein paar ganz coole neue Sachen. Also, schnelleres Supercharging zum Beispiel, da steht in den Release Notes, während des Gleichstromschnelladens wurde die Steuerung des thermischen Systems für die Leistungsfähigkeit der einzelnen Ladestationen optimiert. Dadurch steigt die Effizienz des Ladens und das Vorheizen der Batterien während der Fahrt wird verbessert. Das führt dann zu schnelleren Ladezeiten und reduzierten Energiekosten. So wie sich das für mich anhört, kann Tesla jetzt also die Ladegeschwindigkeit eines Superchargers mit einbeziehen und die Batteriezellen noch besser darauf vorbereiten. Unser Lieblings-White-Label-Hacker GreenTheOnly hat da nochmal ein Detail gefunden und er schrieb dazu, dass das nur mit bestimmten Arten von 2170er-Zellen gehe. Das müssen wir mal abwarten. Ein weiteres Feature, das ich ganz spannend finde, ist der sogenannte Fahrertür-Entriegelungsmodus. Das bedeutet, dass man an der Fahrertür, wenn man lange die Öffnungstaste drückt, jetzt sämtliche Türen entriegeln kann und auch die Kofferraumklappe dann automatisch aufgeht. Ein Nice-to-have-Feature. Am Schluss kommt aber noch eines, das finde ich persönlich sehr relevant. Und zwar geht es hier um den Wächtermodus, also um den Sentry-Mode, die Alarmanlage bei Tesla. Und die lässt sich ab jetzt mit dem Dog-Mode kombinieren. Tesla schreibt, sie können ihr Fahrzeug und ihre Haustiere schützen, indem sie den Hundemodus und den Wächtermodus gleichzeitig aktivieren. Die Alarme des Wächtermodus werden stumm geschaltet, wenn sowohl der Hundemodus als auch der Wächtermodus aktiviert sind. Mobile Benachrichtigungen werden weiterhin gesendet und Videomaterial wird weiterhin gespeichert. Warum ist das relevant? Naja, bisher war das so, dass sich der Wächtermodus und der Hundemodus zum Teil in die Quere gekommen sind. Mir ist das tatsächlich einmal passiert. Jetzt oute ich mich gleich als schrecklicher Vater, denn ich habe meinen Sohn im Auto einschlafen lassen. Ja, und ich wollte ihn gerne noch vor der Tür ein bisschen weiter schlafen lassen. Ich hatte das Auto im Blick. Ich habe dann was gemacht, wovon Tesla ausdrücklich schreibt, das sollte man nicht tun. Ich habe nämlich mein Kind im Auto gelassen und den Dog-Mode aktiviert. Leider war auch der Sentry-Mode automatisch an und es ging auch eine ganze Weile gut. Aber so nach 20 Minuten ging irgendwann der Bewegungsalarm los im Fahrzeug. Das ist definitiv kein schönes Erlebnis, wenn man im Auto ist und der Alarm geht los. Weder für einen Hund, auch nicht für ein Kind oder für irgendeine andere Person. Das wünsche ich wirklich keinem. Das ist mega laut und ich habe es wirklich bereut, dass ich das gemacht habe. Und dieses Problem wird mit diesem Software-Update aus der Welt geschafft. Heißt vielleicht nicht unbedingt, dass man Kinder im Auto schlafen lassen sollte. Ja, aber Hunde lässt man eben schon mal im Auto. Und solche Fehlalarme sind für Hunde natürlich auch ein schreckliches Erlebnis. Also, sehr cool, dass Tesla das hier gemacht hat. Ich freue mich auf das Update. Damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wie gesagt, falls ihr ein Model 3 kaufen wollt, dann meldet euch bei mir. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's ganz gut. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Unters-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt dieses Mal wieder vom Daniel.